Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht jetzt richtig schnell auf Silvester zu. Wir haben schon den zweiten Weihnachtstag. Also nochmal frohe Weihnachten von mir. Und ja, jetzt stehen wir vor einer kleinen Sache. Nämlich welches Feuerzeug, welche Feuerzeuge benutzen wir. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl. Hier sind auch Sachen dabei, die nicht ganz zugänglich sind. Zum Beispiel dieses Feuerzeug und das Sippo. Und das werdet ihr gleich noch alles sehen, denn das ist echt eine ziemlich spannende Sache eigentlich mit den Feuerzeugen. Und ja, ich würde dann erstmal loslegen. Nämlich haben wir hier diese Feuerzeuge, die wahrscheinlich jeder kennt. Aus dem Kick und aus dem Teddy und so. Also hier von der Flamme her. Ich glaube, die müsste jetzt ja jeder kennen. Dann, also das war die ältere Generation. Der hat hier dieses schräge, diesen schrägen Deckel. Und hier ist dieser abgeflachte Deckel. Das sind die ganz neuen halt. Ja, die ganz neuen Leute. Ja, die sind auf jeden Fall. Ja, guck mal, ich puste jetzt mal was von schräg oben. Also aus diesem Winkel da mal rein. Und ich puste wirklich nicht stark. Und wenn es von der Seite pustet, hält es was aus. Aber von schräg oben leider gar nicht. Und deshalb finde ich die Feuerzeuge gar nicht mal so geil. Also die sind für drin wirklich gut geeignet. Aber für draußen stoßen nicht sehr, sehr schnell in ihre Grenzen. Dann haben wir hier als nächstes. Gehen wir nochmal kurz bei den Brennern weiter. Diesen Brenner. Den gab es mal vor drei oder vier Jahren beim Kick. Ja, der ist jetzt auch leider schwach. Diese Brenner sind generell wirklich nicht so. Die haben zwar ein großes Fassvermögen, aber die sind einfach nicht so stark. Ist einfach so. Dann haben wir hier so ein kleines Feuerzeug. So sieht es zumindest aus. Aber das hier ist auch ein Brenner. Vielleicht sieht man die Flamme. Und wenn ich hier jetzt mal so puste, das geht auf jeden Fall nicht so schnell aus, wie diese hier. Solche Feuerzeuge kosten nur 1 Euro bis 1,50 Euro. Und die gibt es in Zeitschriftnäden zum Beispiel oder halt in solchen Tabakwarenläden. Die sind besser, finde ich, auch von der Düse und allem her. Die sind einfach besser als die hier. Und auch besser als diese Brenner. Die sind auf jeden Fall total zu empfehlen. Und hier haben wir den. Das war mein erstes Sturmfeuerzeug, was ich hatte. Das war das erste, was ich mal hatte. Ah, das ist, glaube ich, schon vier oder fünf Jahre alt oder so. Ja. Dann haben wir die Sachen abgeklappert. Die Brenner, beziehungsweise einer fehlt noch. Nämlich hier ist einer. Der sieht mal richtig aus. Den habe ich jetzt zu Weihnachten ein Geschenk gekriegt. Dieser Brenner hier hat vier Düsen. Also ihr seht schon. Ah, das ist schon. Komm, fokussiere bitte. Ihr seht schon, der Brenner, der ist schon richtig geil. Da ist leider kein Gas drin, weil ich hatte kein Gas hier und wir haben ja Weihnachtstage. Also kriege ich leider auch keins erst morgen. Aber ich glaube, der wird geil. Und den werde ich an Silvester mal testen. Der hat 20 Euro auf Amazon, glaube ich, gekostet. Ja. Also kommen wir mal zu den anderen Sachen. Nämlich haben wir hier ein Sippo. Der eine oder andere dürfte ein Sippo kennen. Man macht einmal so. Normalerweise geht es dann an. Ja, es ist jetzt an. Sieht man es? Ja, man sieht die Flamme auf jeden Fall flackern. Ich habe es gerade erst wieder neu nachgefüllt. Aber da müsste mehr rein. Mehr von dem Sippo-Benzin hier. Das würde ich dann machen. Aber ich habe das mal vor ein paar Jahren Silvester benutzt. Und das klappt wirklich nicht schlecht. Also ein Sippo ist zwar genauso empfindlich wie das hier, wie diese Feuerzeuge, aber irgendwie schafft man es bestimmt. Trotzdem ist es sonst nicht das am besten geeignete Feuerzeug dafür. Dafür ist dann eher dieser Brenner hier gut geeignet oder solche hier. Und wirklich im Notfall diese Billigbrenner vom Teddy und so. Ja, dann haben wir hier noch normale Feuerzeuge. Obwohl das hier gibt schon Gas wie ein richtig geiler Brenner. Guck mal hier. Also das ist schon geil. Okay, jetzt ist die Flamme starkartig kleiner geworden. Egal. Und hier ist auch noch so eine Lampe dran. Vielleicht ganz praktisch. Naja gut. Dann haben wir noch so ein normales Feuerzeug. Also was die können. Die können gar nichts. Die sind für Silvester draußen wirklich gar nicht geeignet. Dann haben wir hier noch so eins mit Verlängerung. Das ist eigentlich mal ganz gut. Immer dann verbrennt man sich nicht. Aber kann natürlich auch nichts. Und dann haben wir hier zu guter Letzt. Und davon werde ich jetzt auch mal eins anmachen, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. Haben wir hier zu guter Letzt Streichhölzer. Also. Ja, ne. Lass ich jetzt lieber sein. Streichhölzer sind noch weniger geil. Was ist diese Brenner und diese Feuerzeuge? Könnt ihr euch ja denken. Ja. Okay. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Also kurz als Zusammenfassung. Ich würde mir so ein richtig geiles Feuerzeug einfach holen. Mehreren Düsen. Das werde ich unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Äh. Ja. Oder. Und oder. Solche Teile hier. Weil die sind einfach stabiler als die hier. Wirklich. Im Notfall, wenn ihr nur an solche kommt, kauft euch die. Aber. Das wäre nicht mal eine erste. Weil ich würde ein bisschen mehr in ein gutes Feuerzeug investieren. Denn jeder kennt, dass die Teile gehen einfach irgendwann Schrott. Beziehungsweise halten auch wirklich bei. Beim mittelstarken Wind gar nicht mehr Stand. Ne. Das ist natürlich ein bisschen blöd dann. Okay. Dann sage ich mal. Soll es das für ein Video gewesen sein. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Ähm. Feiert schön. Und habt viel Spaß in der Vorfreudezeit. Mal gucken. Vielleicht hat der ein oder andere schon seine Einkaufsliste geplant. Ich werde mich jetzt gleich hinsetzen. Und mal so ein paar Sachen planen. Wie ich Batterien verbinden werde. Und was für Sachen ich vielleicht kaufen werde. So tendenziell. Und. Ah. Das wird jetzt noch richtig geil. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Äh. Hoffentlich. Guckt euch meine anderen Videos auch an. Denn die sind auch sehr informativ. Ja gut. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein. Dann haut rein Leute. Und bis dann.